Was ist denn passiert? Ach, nur eine Wasserflasche kaputt gegangen. Wir müssen dann auch langsam los. Die Baitchen ist nass geworden. Jetzt bitte ein Brandy-Age. Sag's ihm schon. Sag mir was. Jackie. Bist du unwiderruflich im Ruhestand? Ich bin im Ruhestand. Unwiderruflich. Ich bin unwiderruflich im Ruhestand. Wieso? Worum geht's? Wir... Wir bekamen eben einen Anruf, kurz bevor wir aus dem Haus gegangen sind. Ja und? Der Anruf kam aus London. Er ist unwiderruflich im Ruhestand. Moment mal, Liebes. Also nochmal. Ganz von Anfang an. Wir bekommen einen Anruf. Das Telefon klingelt. Es geht um den Job. Ja. Und die wollen mich? Ja. So war das nicht gemeint. Ist das jetzt schon so weit, ja? Dass du diese Scheiße hörst? Woher willst du wissen, dass das Scheiße ist? Hast du schon gehört? Nein. So etwas nennt man Vorurteil. Warum machst du das? Um mir eins auszuwischen? Es geht nicht immer nur um dich. Ich denke man sieht sich? Ja, man sieht sich. Cool. Würdest du meine Telefonnummer haben? Oder lieber nicht? Ja, das wäre gut. Hast du nen Schnitt? Nein. Tja, also wenn du mal in der Nähe der Uni bist. Ich hab meistens so einen Prüfschluss.